Warum gibt es so einen Hass in der Welt? Meine Familie und meine Eltern haben mich auch verlassen. Ich bin nicht bei mir. Ich fühle mich ganz, ganz alleine. Ich bin nicht bei mir. Ich bin nicht bei mir. Nein, danke, danke. Keine Hilfe? Nein, danke, danke. Okay. Ist der Koffer kaputt gegangen? Mann, Mann, Mann. Koffer kaputt gegangen? Haben Sie was zum Umtun? Ja. Nein, danke. Viel Spaß! Musik 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 Hallo Wir haben Sie was zu essen und zu trinken Möchtet Sie? Dankeschön Danke Okay Danke Danke Kann ich denn sonst irgendwas für Sie tun? Ich brauche ein neues Zuhause Meine Familie, mein Land Alles ist kaputt Ich suche ein neues Land Meine Kinder Papa, alles ist kaputt Sind Sie denn geflohen? Ja, ich brauche ein neues Zuhause Ich helfe Ihnen, okay? Ich helfe Ihnen, dass Sie ein neues Zuhause hier finden, okay? Was ist das? Ein Schlüssel Ist wichtig Wichtig Ja, ich muss eben telefonieren Dann helfe ich Ihnen Musik Musik Das ist wichtig 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 Auf der Suche in einem fremden Land nach Hilfe, Frieden und einem neuen Zuhause Bin ich nun glücklich zu wissen, dass ich es hier an diesem Ort gefunden hätte Allah sei mit dir Ich bin mit dir Ah, ich bin mir zu roof Ich bin mir zu, wie ich mir war, dass ich mich für über ein anderes Zuhause Ich bin mir zu erforderlich, was ich mir zuerst Und ich bin mir zufüllen, dass ich mich für immer wieder zu laufen hätte Musik Das Leben ist nicht nur ein Dasein, es ist ein Hiersein und ein Dortsein. Wäre es nicht schön, wenn es für einen jeden von uns auch ein Zuhause sein wäre?